In der Kategorie Cytainment werden Webvideos ausgezeichnet, die fundierte wissenschaftliche Inhalte besonders kreativ und mit einer Extraportion Entertainment erklären. Hallo, danke schön. Ich weiß gar nicht, ob er mich so gut hört. Mein Internetverbindungsgrad ist ein bisschen schlecht. Also mir war vor allem wichtig, dass man, ich sag mal, kurz und knapp irgendwie so einen wichtigsten Unterschied erfährt zwischen Seife und Desinfektionsmittel. Das war ja gerade am Anfang des Jahres irgendwie auch noch alles total verwirrend durch die Corona-Pandemie, die da ja erst ausgebrochen ist. Und mir war es einfach wichtig, ja, so einfache Tipps mit an die Hand zu geben, wie man sich am besten schützen kann. Jetzt sind wir ja quasi alle Experten darin, aber damals war das eben noch nicht so und das war mir eigentlich damals das Wichtigste. Also vielleicht mache ich auch noch mal ein Video zu Corona. Das weiß ich noch nicht, aber ich habe jetzt vor kurzem angefangen zu arbeiten. Ich bin als Ärztin im Krankenhaus und bin gerade auf einer Suchtabteilung und finde das Thema wahnsinnig spannend. Also wie entstehen Krankungen, was passiert da eigentlich genau im Gehirn und könnte mir vorstellen, dass das eines meiner nächsten Themen dann wird.